Es ist wie ein Rausch für die Ermittler. Vor einem Jahr fischt der Zoll in Hamburg Berge von Kokain ab. Das Außergewöhnliche sind die Sicherstellung von 35,5 Tonnen mit einem Straßenverkaufswert von ca. 2,6 Milliarden Euro. Die Operation Plexus enttarnt eine Gang aus Strohleuten, Lkw-Fahrern und Strippenziehern. Der mutmaßliche Boss liebt schnelle Autos. Diese Strukturen der organisierten Kriminalität untergraben unsere Demokratie. Für das Milliarden-Business erschafft die Bande ein Imperium aus Briefkastenfirmen und fliegt nur durch Zufall auf. Ausgangspunkt der Ermittlung war eben ein Hinweis der Behörden aus Kolumbien. Das Geschäft mit der Sucht boomt und der Nachschub aus Kolumbien versiegt nie. Es ist der Beweis, dass der Krieg gegen die Drogen definitiv gescheitert ist. SPIEGEL TV kennt die Details der Operation und die Männer, die Kasse machen wollten. Wir suchen den Zakaria. Kennen Sie den? Das ist schon bei Knast. Im Juli 2023 wartet der Zoll in Hamburg gespannt auf zwei Container aus Südamerika. Angeblich mit Sesam beladen. Aber das glauben die Ermittler nicht. Denn sie haben einen heißen Tipp bekommen aus Kolumbien. Um 14 Uhr ziehen die Fahnder die Lieferung aus dem Verkehr und bringen sie auf ein Gelände des Zolls. Sesam öffne dich. Doch hinter dem Sesam finden die Beamten in den Containern Stoff. Sehr viel Stoff. Insgesamt 12,5 Tonnen Kokain. Der größte Fund der gesamten Ermittlungen. Die Operation Plexus hat uns gezeigt, wie professionell über sämtliche Grenzen hinweg die organisierte Kriminalität arbeitet und vernetzt ist. Doch für wen war das Kokain bestimmt? Nach und nach bringen die Ermittlungen Licht ins Dunkel. Die Spur führt zunächst nach Berlin. Hier residiert nahe dem Alexanderplatz die Firma Navigatix. Laut Frachtpapieren ist das Unternehmen im Herzen Berlins der Empfänger der angeblichen Sesam-Container aus Südamerika. Navigatix hat zwar seinen Sitz hier, der Firmenchef ist aber nie vor Ort. Ein Büroservice leitet Post und Anrufe weiter. Eine klassische Briefkastenfirma. Ideal für krumme Geschäfte. Geschäftsführer von Navigatix ist der Bulgare Konstantin K. Erst kurz vor der Kokainlieferung ist er nach Deutschland gekommen. Kein Zufall. Die ist bekannt, die Methode, dass wir insbesondere EU-Bürger haben, die auf einmal einen GmbH führen und in ihr Vita nicht mal einen Schulabschluss aufweisen können, wenn man in den Heimatländern entsprechende Ermittlungen anstellt oder niemals im Besitz eines Kontos warnt, weil sie vielleicht sogar obdachlos waren oder zur offenen Drogenszene gehört haben. Das ist das Problem, dass wir ein GmbH-Recht haben. Sie können Leiter einer GmbH sein, Gesellschafter oder Geschäftsführer einer GmbH und sie müssen keine Expertise nachweisen. Neben dem Firmensitz in Berlin hat der Bulgare seine Meldeadresse im brandenburgischen Bad Freienwalde. Ob er jemals hier war, ist nicht bekannt. Fest steht, er ist nur vier Wochen in Deutschland. Moin! Wir haben mal eine Frage. Wir haben mal eine Frage. Wir suchen einen Mann, der soll hier mal gemohnt haben. Wie ist der? Konstantin K*** auf dem Bulgare. Der hat hier nicht gewohnt. Der hat sich nur hier gemeldet und war dann weg. Der hat hier nie gewohnt? Nein. War bei Ihnen die Polizei dann irgendwann oder was? Ja, wir hatten schon Polizei und den Zoll und alles Mögliche hier. Das ist ja krass. Wie kann der sich hier anmelden, ohne dass er hier wohnt? Das wissen Sie auch nicht. Was? Das wissen Sie auch nicht, wie das hier... Ich weiß nur, dass auf dieser Adresse drei, vier Formen laufen, aber nicht unsere Formen sind. Der Bürgermeister von Bad Freienwalde teilt SPIEGEL TV mit, dass sich der Bulgare mit einer Bescheinigung vom Vermieter angemeldet hat. Ob die gefälscht war, ist bislang unklar. Doch wie wird ein bulgarischer Kleinkrimineller vorbestraft als Dieb und Betrüger, Geschäftsführer einer deutschen GmbH? Antworten finden die Ermittler in Wachtberg bei Bonn. Hier lebt der Gründer und frühere Geschäftsführer von Navigatix. Sein Name? Simon F. Kurz vor dem Kokaintransport hatte er seine Firma an den Bulgaren K. übertragen. Die Fahnder observieren F., dokumentieren, wie er mit einem Unbekannten und einem Übersetzer zu einem Notar marschiert. Der Verdacht? F. gründet Firmen auf Vorrat, die er bei Bedarf schnell an dubiose Geschäftsleute verkauft. Eine Ermittlungsgruppe aus Zöllnern und Polizisten durchleuchtet den vermeintlichen Saubermann daraufhin und entdeckt ein riesiges Geflecht aus Briefkastenfirmen. Viele von ihnen verkauft er an vermeintliche Strohmänner. Manche dieser Firmen hatten keinen Briefkasten, andere Firmen wiederum hatten legale Warenimporte aus Lateinamerika. Diese Container von den legalen Warenimporten wurden von uns teilweise noch auf dem Seeweg detektiert und ganz gezielt einer Röntgenkontrolle zugeführt, um so möglichst schnell und einfach einen Überblick über den Inhalt der Container zu erlangen. Um bei den Briefkastenfirmen eine reguläre Geschäftstätigkeit vorzutäuschen, hatten die Unternehmen offizielle Internetadressen. Einige davon wurden von einer Spedition am Kölner Stadtrand angemeldet und registriert. Der Chef dieser Firma ist ein Ex-Mitglied der Rockerbande Hells Angels. Ü mit D. Der Mann liebt schnelle und teure Autos. Vor ein paar Jahren steckte er noch in einer Privatinsolvenz. Heute ist die Staatsanwaltschaft sicher. Er war der wichtigste Akteur in dem Drogendeal. Bei dem Hauptbeschuldigten handelt es sich um einen in Köln ansässigen, faktischen Geschäftsführer eines Transportunternehmens. Und dieser hat für die Gruppierung die Transporte oder die Importe der Kokainlieferungen aus Lateinamerika nach Europa hauptverantwortlich organisiert und die anderen Mitglieder auch angeleitet. Einer der mutmaßlichen Befehlsempfänger ist der Lkw-Fahrer Zakaria L. Die Fahnder observieren den Marokkaner mehrfach im Hamburger Hafen. Sie sind sich sicher, dass er einer der Abholer des Kokains ist. In der Banden-Hierarchie soll Zakaria L. eher weit unten gestanden haben. Denn von den Narkomillionen scheint er nicht viel abbekommen zu haben. Wir finden seine Adresse in Leverkusen, wo er bis zu seiner Verhaftung gewohnt hat. Wir suchen den Zakaria. Kennen Sie den? So ein Marokkaner, Zakaria. Kennen Sie den? Ja, aber das ist schon im Knast. Der ist im Knast? Ja, schon seit einem Monat vor dem Mai. Wissen Sie, was der gemacht hat? Was ist denn das für ein Typ? Weiß ich nichts. Wir sind hier ganz ruhig bei uns. Bei Ihnen ganz ruhig? Ja. Hat der ja viel Geld gehabt? Weiß ich nichts. Ich habe keinen Kontakt mit Leuten. Okay, alles klar. Na, haben wir jede Wohnung selbst und das ist alle. Wie groß sind denn die Wohnungen so? Josef hier. Wie groß sind die Wohnungen ungefähr? Ein Zimmer oder wie viel? Ein Zimmer. Die Fahnder hören irgendwann sein Handy ab. In Telefonaten spricht der Lkw-Fahrer von Extraarbeit, die er in Hamburg erledigen müsse. Für die Ermittler ein Indiz, dass er den Inhalt der Kontiner kennt. Der Anwalt des Marokkaners sieht das anders. Es gibt in den bisherigen Aktenbestandteilen Anhaltspunkte dafür, nicht nur bei meinen Bedankten, auch bei anderen, dass hier und da von einer sogenannten Extraarbeit gesprochen wird. Nur Extraarbeit, das könnte auch so etwas sein wie Schwarzarbeit, nämlich, dass man eine zusätzliche Fahrt macht und die vielleicht am Lohnsteuercheck vorbei so bezahlt bekommt. So kann man das auch bewerten. Kokain ist ein Geschäft ohne Krise. Die Nachfrage kennt nur eine Richtung, nach oben. Das weiße Pulver ist nicht mehr nur der Stoff für die Schickimicki-Gesellschaft. Auch Otto Normalbürger kokst mit. Wir haben Forschungen in Europa, Dunkelfeld-Forschung. Das heißt, es werden Bürgerinnen und Bürger in Europa gefragt, wann sie das letzte Mal Kokain konsumiert haben und wie viel und in welchen Zeiträumen. Das nennt man sogenannte Prävalenzforschung. Man stellt einfach fest, dass viel mehr Leute Kokain konsumieren. Europa ist also ein attraktiver Markt. Für Kolumbien ist der globale Rausch ein Konjunkturprogramm. Mittlerweile wird der Koka-Strauch auf einer Fläche fast so groß wie das Saarland angebaut. Das südamerikanische Land produziert jährlich 1400 Tonnen Kokain. Mengen, von denen selbst Pablo Escobar, Kolumbiens berühmt-berüchtigter Drogenbaron, einst nur träumen konnte. Das weiß auch diese Expertin. Das gesamte Geschäft mit Kokain ist effizienter geworden und mit weniger Herstellungskosten verbunden. Wenn man als Unternehmer sinkende Preise hat, was muss dann gesteigert werden? Natürlich die Menge. Weil man weiterhin genug Geld verdienen muss, um das Geschäft zu finanzieren, was ziemlich teuer ist. Es kostet Blut, es kostet Geld, es kostet Korruption. Alles hat seinen Preis. Zurück in den Hamburger Hafen, dem Einfallstor für Kokain aus Südamerika. Zurück zur Operation Plexus und einer zweiten verdächtigen Lieferung. Im August 2023 kommen sieben Container am Terminal Eurogate an, angeblich mit Holz beladen. Die organisierte Kriminalität ist in der Lage, hunderte oder gar tausende Container zu verschiffen, ohne jegliche Gewinnerzielungsabsicht. Und nur mit dem Ziel, die Risikoanalysen der Zollbehörden zu unterlaufen. Diesmal wollen die Fahnder einen Schritt schneller sein als die Dealer. Sie fahren die Container heimlich zur Prüfanlage des Zolls, durchsuchen sie. Das sogenannte Valaba-Holz wird in Deutschland zu Terrassendielen verarbeitet. In diesem Fall ist es aber nur Tarnung. Hinter den Kanthölzern finden die Ermittler mehr als sieben Tonnen Kokain. Abgepackt in hunderte kleine Pakete. Geschätzter Wert eine halbe Milliarde Euro. Die Hersteller haben ihre Ware sogar gelabelt, eine Art Qualitätssiegel. Diesmal dominiert der rosa-rote Panther. Die Lieferung ist ausnahmsweise nicht an eine Briefkastenfirma adressiert. In den Frachtpapieren steht das Unternehmen DP Lok als Empfänger. Die Firma des Hauptverdächtigen Ümet D. Der Mann mit dem Fable für schnelle Autos. Die Geschäftsräume von DP Lok in Köln sind mittlerweile verwaist. Die Fahnder haben hier im Juni alles durchsucht. Nachfrage bei den Nachbarn. Hallo, wir sind von SPIEGEL TV. Wir suchen die Firma DP Lok. Die DP Lok ist nicht mehr hier. Die sind weg? Ja. Wissen Sie warum? Die sind komplett pleite. Die gibt es nicht mehr. Die sind pleite? Die sind pleite, insolvent. Die gibt es nicht mehr. Ich habe mal Bilder gesehen. Der Geschäftsführer hat so ein riesiges Auto gefahren. So einen grünen AMG. Den habe ich selber auch mal gesehen, aber keine Ahnung. Was war das für ein Typ? Wissen Sie das? Nein, gar nicht. Haben Sie keine Ahnung von dem? Nein. Von dem ist gar keine Ahnung. Ich kenne ihn persönlich gar nicht. Den gibt es auch nicht mehr. Keiner ist von dem noch mehr da. Zurück nach Hamburg. Die Fahnder bringen die Container nach dem Drogenfund wieder zum Terminal. Mit dem Holz, aber ohne Kokain. Sie wollen wissen, wer die Fracht abholt. Nachmittags um halb vier taucht der marokkanische Fahrer Zakaria L. auf. Nicht wissend, dass der Drogenschmuggel bereits aufgeflogen ist. Er fährt mit seinem Lkw in Richtung Bremen. Auf der Raststätte Ostetal macht er einen Stopp. Die Ermittler sind ihm auf den Fersen, observieren ihn. Zakaria L. fotografiert die Plompen am Container. Offenbar hat die Gang Angst, dass die Fracht geöffnet wurde. Sein Verhalten ist ein weiteres Indiz dafür, dass er von den Drogen gewusst haben muss. Die Fotos könnten für den Marokkaner Folgen haben, juristische. Das wird der springende Punkt sein in dem ganzen Verfahren für mich. Denn wenn er nicht wusste, was in den Containern drinne war, was die Lieferung unter anderem beinhaltete, dann wird man ihn schlechterdings verurteilen können dafür. Die Staatsanwaltschaft stellt sich hingegen auf den Standpunkt, dass er gewusst haben muss, aufgrund einer Indizienkette, was da drinne gewesen ist. Aber das wird der Kern der ganzen Verteidigung des Verfahrens später auch werden. Die Fahrt mit dem Terrassenholz, aber ohne Koks, endet auf einem Bauernhof nördlich von Bremen. Mehrere Männer stehen hier zum Entladen bereit. Dann der Schock. Kein Stoff an Bord. Beobachtet werden sie dabei aus der Luft, von einer Drohne des Zolls. Ein Jahr nach der Operation Plexus stapeln sich die Kanthölzer noch immer auf dem Hof. Stumme Zeugen eines riesigen Kokain-Deals, den der Staat durchkreuzt hat. Ein Gewinn für die Ermittler, ein Milliardenverlust für die Unterwelt. Das tut weh. Sie können ungefähr davon ausgehen, dass ein Kilo Kokain, was dort produziert wird und dann schon mal geschmuggelt wird, ungefähr beim Preis von 4.000 US-Dollar liegt. In Mailand können sie das für 40.000 Euro verkaufen. Das Geld ist schon investiert. Auch die Schmuggel, der wurde auch schon bezahlt. Das sind ein paar Leute, die vielleicht Geldsorgen haben oder sich richtig ärgern. Das ist nicht so, was man auf die leichte Schulter nimmt. Insgesamt fangen die Fahnder bei der Operation neun Lieferungen ab. In Deutschland, in den Niederlanden und auch in Südamerika. In der organisierten Kriminalität geht es zu wie in modernen Unternehmen. Da gibt es jemanden, der für den Einkauf zuständig ist, jemanden, der die Logistik verantwortet und natürlich auch jemanden, der den Verkauf organisiert. Die Täter der Operation Plexus sind allesamt der Logistikschiene zuzuordnen. Unseres und auch das Ziel der Staatsanwaltschaft war es, diese Logistikerschiene nachhaltig zu zerschlagen. Und das ist uns gelungen. Die Ermittler sind stolz auf ihren Erfolg. Als sie das Kokain zu einer Müllverbrennungsanlage eskortieren, wird alles mit Kameras festgehalten. Allerdings, und das ist der Wermutstropfen, ist der Fall nicht hundertprozentig gelöst. Was aber auch aus dem Sichtfeld der Staatsanwaltschaft herausfällt, ist die Frage, wer hat die Einkäufe in Südamerika oder wo auch immer veranlasst? Und wer zeichnet sich verantwortlich für die späteren Verkäufe innerhalb oder möglicherweise auch in anderen Ländern Europas? Das haben die bisherigen Ermittlungen nach meinem Kenntnisstand noch überhaupt nicht ergeben. Das ist vollkommen offen und steht im luftleeren Raum im Moment. Es ist der hauptbeschuldigte Ümit D., der unfreiwillig einen Hinweis auf die Hintermänner liefert. Die Fahnder observieren ihn an einem McDonalds südlich von Köln. Und zwar genau an dem Abend, an dem die 7-Tonnen-Ladung im Holzkontainer in der Nähe von Bremen verloren geht. Ümit D. läuft aufgeregt hin und her und telefoniert lautstark. Später trifft er sich in dem Fast-Food-Restaurant mit einem Schwerverbrecher, Hami S., auch ein ehemaliger Hells Angel mit besten Connections in die Türkei. Mittlerweile sitzt er wegen Mordes im Knast. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Weitere Indizien liefert das riesige Geflecht aus Briefkastenfirmen. Erschaffen von Simon F. Mehrere Unternehmen erhielten hohe Geldzahlungen von Bankkonten aus der Türkei. Im Laufe der Ermittlungen haben sich Hinweise ergeben, dass die Gruppierung möglicherweise für Hinterleute in der Türkei agiert haben könnte. Das ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Genauso wie wir natürlich versuchen, die Endabnehmer der Lieferungen zu ermitteln. Der Fahndungserfolg hat auf den Kokainpreis übrigens keine Auswirkung. Er bleibt stabil, trotz 35 Tonnen weniger Ware. Es gibt nach wie vor reichlich Stoff für die Nasen in Europa. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017